Lavafeld. Ach du Heiland. Hier ist ein Tor. Du Heiland. Da ist ein Tor. Und hier ist ein Tor. Aber momentan kommen sie ja von da. Hier kommen die Flieger. Und runter. Auf der Weichenseite des Felsens gelandet. Aller guten Dinge sind zwei. Oder drei. Oder vier. Och man, kann man nicht irgendwie rumlaufen, dass man effektiv die Dinger setzen kann? Das ist nämlich um... Dass ich euch keine Sorgen machen muss. Oh. Auf zehn Spitzen durch das Fallenfeld. Setzen wir die nach hinten. Und... Der kann ich nicht setzen. Und blasen wir sie weg. Es kommt Flieger. Hey. Fluggegner. In der Luft. Ah. Na ja, komm schon. Ah, jetzt sollte sie zu schaffen sein. Soll sie kommen. Die Frostfieger nerven. Das wird mal lustig hier. Ich liebe es, wenn die Orks blind in sie hineinlaufen. Gut. Da kommen weitere Feinde. Vorsicht, Fluggegner. Ah. Ah, bringt die an mir. Fahrrad weg. Holst sie einfach mal Müll. Vielleicht müssen sie nicht die ersten Spuren öffnen. Hey. Na komm. Aber fällt. War das nicht im letzten Teil oder zweiten Teil? Gab sie die Karte da nicht auch schon? Wir haben schon gewonnen. Cool. Gut. Das ist also unten. Oh. Fast runtergefallen. Ja, wenn ich ja alles kommt. So früh wie möglich aufhalten. Ne. Ne, kann ich nicht so setzen. Ah. Erst nach da kann ich sitzen. Erst nach dort kann ich hinsetzen. Sehr schön. Gut. Dann kommen sie von hier hinten rum. Also ein bisschen bündeln. Das war mehr von denen Treffen. Dann kommen sie von der Seite. Gut. Ja. Ja. Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Das ist so kinderleicht. Ja. Der Proll muss man im Auge behalten. Sehr schön. Ja, da kommt eine Menge Zeug. Jetzt kommt der Proll. Hallo Proll. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Gut. Weg. Gutes Training. Sehr schön. Hallo Proll. Hallo Proll. Hallo Proll. Ciao Orcs. Da kommen weitere Feinde. Vorsicht. Fluggegner. So. Perfekt. Perfekt. Haben sie noch größere? Gut. Ich denke mal die große Masse wird noch kommen. Sie müssen kommen. Das war spaßig. Sehr schön. Ich hieß. Ach. Die blocken sich da. Sehr schön. Das bringt das Blut in Wallen. Okay. Also sehr effizient hier. Okay. Soll ich nicht so viel Geld verschwenden. Ähm. Das hier. Okay. Wo könnten wir sie am besten aufhalten? Hier. Sie ist einfach so hübsch. Ja, ja. Das ist ja nur Zweck der Sache. Moment. Okay. Weg hier hin. Ähm. Da hin. Los. 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 Da kommen weitere Feinde. Die kommt von unten. Öh. Flieger kommen nicht. Da kommen Dicke. Er ist nicht clever, wenn wir uns hier entstellen. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Ja, da kommt ein Dicke. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Das Tor ist zerstört. Du verrasst das? Weg. Da kommen sie. Da haben sie noch größere. Ja, haben sie. Gut. Wichtig ist immer Engstellen bauen. Du hast hier noch mehr von denen? Wichtig sind Engstellen. Gucken wir mal, ob die Falle funktioniert. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein klein wenig besorgt. Du, haben sie noch mehr von denen? Ja. Okay, das war spaßig. Okay. KI-Probleme. Das wird nie langweilig. Gut. Hätten nicht noch Geld. Ja, solange erstmal keine Flieger kommen, ist alles in Ordnung. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Gucken wir uns das mal an. Das Geld. Tschüss. Sehr schön. Der Dicke ist weg. Was hat man hier? Gepanzerter, aber er ist nicht weit gekommen. Das bringt das Blut in Wallon. Ähm. Uh, haben sie noch mehr von denen? Hab einen guten Platz gefunden. Ja, das wird ne Narbe hinterlassen. Ja, das war auch sehr ne Fett der Sache. Haben sie noch größere? Was ist das? Sie greifen die Barrikade an. Okay. Funktioniert soweit. Fallen, 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 Fallen. Fluggegner, in der Luft. Na komm. Sehr schön. Boah, letzte Welle. Boom. Ah, holen wir uns erst mal vom Himmel. Schön vom Himmel holen. Zeit hab ich mir ja schon erkauft. Na komm. Okay, das war spaßig. So, kommt man da, Gegner? Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein klein wenig besorgt. Verflixt, hab nicht genug Menschen. Ja, sollte alles kein Problem sein. Gutes Training. Scheißfurt, braucht Magier weg. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Ja, Bergtreu. Bissig. Beschissen hat Bergtreu. Weg. Na komm. Der Mann aber wäre ganz geil. Ah, okay. Sie betreten den Riss. Da haben sie noch gerückt. Okay. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich sollte das jemanden für mich tun lassen. Vorsicht! Fluggegner! Keine Mützen mehr! Gut, Fliege, 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 Letzte Welle. Na komm. Sehr schön. Na, schnell die Mutti vom Himmel holen. So, ich muss meiner sparen. Komm schon. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein klein wenig besorgt. Brauchst du nicht. Was das? Zack. Gut, das ist Training. Ja. Von denen ja. das bringt das blut in pet sich ein leckeres getränk würde ich jetzt auf mich trinken dieses auch ein wenig verantworten ja kein problem sind wir sind ja wohl und mit wir meine ich na was die kaputt was haben wir denn da na gut du weißt ja wie man sagt wohl nicht meine beste idee ohne deine kumpels bist du nicht so hart was das ist nicht gut das ist interessant den orden eine dringend notwendige lektion zu erteilen wird doch einfacher als ich dachte so ist also gefangen genommen wurden okay und ich sage mal so jetzt das nächste mal ciao